Hallo und willkommen heute zum Step-Down-Converter oder auch Tiefsetsteller genannt oder Bug, nicht der Computer Bug mit B-U-G, sondern B-U-C-K. Wir möchten heute die Schaltung kurz erläutern. Was kann die? Was bringt sich mit die Schaltung? Und ja, also, zuerst einmal, das Ganze ist ein Schallträger, ein sogenannter DC-DC-Wandler. Was hilft mir das Ganze jetzt? Ah ja, Step-Down, man möchte die Eingangsspannung von 10 Volt, möchte man hier hinten auf, sagen wir mal, 5 Volt heruntertransformieren, unter Anführungszeichen. Aber der Step-Down-Converter hat einen Vorteil, und zwar, er hat einen besseren Wirkungsgrad als ein normaler Transformator. Wenn ihr Step-Up und den Inverter noch nicht kennt, könnt ihr jetzt mal oben rechts klicken. Auf jeden Fall haben wir hier unsere Eingangsspannung, hier einen Schalter, kann ein MOSFET sein oder was auch immer, hier eine Diode mit Sperrrichtung, eine Spule, Induktivität, und eine Kapazität, einen Kondensator. Und unser Ausgangssignal wäre dann hier hinten beim Kondensator, wenn man die abgreifen möchte, müsste man hier seriell parallel zum Kondensator eben einen Lastwiderstand hingeben. Also, wir schauen jetzt, wie das Ganze funktioniert. Also, grundsätzlich gesagt, umso schneller der Schalter zu- und aufgeht, umso anders ist die Ausgangsspannung hier hinten. Wenn wir uns jetzt mal ansehen, wenn der Schalter geschlossen ist, zeichne ich jetzt hier mit einer anderen Farbe an. Wenn der Schalter geschlossen ist, dann fließt der Strom in diese Richtung, danach fließt der Ganze über die Induktivität, runter beim Kondensator, oder wenn hier noch ein Lastwiderstand wäre, würde er auch über den Lastwiderstand fließen, und dann wieder zurück zur Spannungswelle. Hier kann er nicht runter, weil die Diode hier oben in Sperrrichtung ist, sprich der Strom kann hier nicht so runter, er kann nur hier den Weg außen herum. Wenn ihr noch nicht wisst, was eine Diode ist, könnt ihr jetzt auch mal oben rechts klicken, habe schon ein Video mal dazu gemacht. Bei diesem Fall ist es nichts Außergewöhnliches dabei, die Induktivität lädt sich auf, genauso wie der Kondensator. Wenn jetzt allerdings der Schalter dann wieder geöffnet wird, hoffe die Farben kann man unterscheiden, dann ist etwas Spezielles, denn wenn wir nochmal zurückgehen, wenn der Schalter geschlossen ist, der Spannungsfeil bei der Spule sieht in diese Richtung, denn wir gehen von Plus nach Minus, technische Stromrichtung, somit haben wir den Spannungsabfall von links nach rechts über die Spule. Wenn der Schalter aber jetzt geöffnet ist, dann haben wir die Selbstinduktion bei der Spule, das heißt der Spannungspfeil dreht sich um, und der Strom fließt aber in die gleiche Richtung. Also fließt der Strom hier runter, auch runter, hierher, er kann jetzt nicht diesen Weg nehmen, weil hier ja offen ist, dafür brauchen wir eine Diode, wenn die Diode nicht wäre, dann würde einfach die Spannung hier so stark ansteigen, weil die Induktivität möchte keine abrupten Änderungen, und wenn hier eine abrupte Änderung ist, dann fährt die Spule einfach mit der Spannung hoch, und irgendwas würde kaputt gehen. Darum müssen wir den Stromkreis wieder schließen, und bauen hier eine Diode ein, wo dann der Strom hier zirkulieren kann, und sich abbauen kann. Wenn wir das Ganze jetzt schnell genug machen, dann sieht das Ganze so aus. Er macht auf und zu und auf und zu. Leider nicht so perfekt gezeichnet, aber ich glaube, man kann erkennen, was das Ganze soll, denn der Mittelwert liegt ungefähr bei 5 Volt, dann bei einer gewissen Wiederholung von den Auf- und Zuschaltvorgängen des Schalters. Die kleinen Einbrüche hier, das ist der Kondensator. Hier ist es nämlich so, dass der Kondensator ja nicht linear abnimmt und sich aufbaut, sondern das Ganze dahinter steckt eine E-Funktion. Darum ist es hier so ein bisschen abflachend. Auf jeden Fall, das ist jetzt mal das Grundprinzip vom Step-Down-Converter, sprich eine Eingangsspannung von 10 Volt wird auf 5 Volt zum Beispiel transformiert. Der Vorteil ist, gegenüber einem Trafo, wie ich bereits erwähnt, dass wir einen Wirkungsgrad von ungefähr 85 bis 90 Prozent haben. Als Vergleich, wenn wir beim Längsregler, nur wer sich da auskennt, da haben wir einen relativ schlechten Wirkungsgrad, bei großer Spannungsunterschied und dafür gibt es hier eben den Step-Down. Der hat dafür einen schlechteren Wirkungsgrad bei kleineren Spannungsunterschieden, aber so grundsätzlich sind wir bei 80, 85 bis 90 Prozent. Wenn wir das Ganze jetzt verbessern wollen noch, dann kann man hier die Diode austauschen. Da kann man eine Shot-Kit-Diode hernehmen dann erreicht man einen Wirkungsgrad von 90 bis 95 Prozent. Das Besondere an einer Shot-Kit-Diode ist, dass die Durchspruchsspannung anders ist. Hier haben wir nämlich eine Durchspruchsspannung von 0,1 bis 0,2 Volt. Was auch möglich ist, einen Schalter statt dieser Diode hier einzubauen, der Wechselseite geht, sprich wenn der Schalter offen ist, dann ist der Schalter zu, dann kann sie eben hier die Energie abbauen und wie der Schalter zu ist, ist der Schalter offen, damit eben hier nicht der Strom runterfließt. Das wäre auch eine Möglichkeit, was natürlich Vorteile hat für den Wirkungsgrad. So, als Anwendung für einen Step-Down haben wir generell Versorgungsspannung für jegliche Elektronik, zum Beispiel im Akku vom Handy, damit der Wirkungsgrad nicht schlecht ist, weil sonst erwärmt sich der Akku und man hat unnützes Gewicht, aber es bringt keine Leistung. Weiters eine Stromregelung an Schrittmotoren. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch geholfen. Schaut auf jeden Fall die anderen Videos noch an und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Lernen. Haut rein Leute, ciao!